Ja, meine Leute, heute mal wieder ganz knackig unterwegs, bisschen Sniper-Action gemacht, bisschen Solo-Action gemacht. Bevor das wieder anfängt, Freunde, mein Partner Deadzog hat eine mega kranke Aktion, Freunde, und zwar Black Friday-Rabatt von heute bis nächste Woche Dienstag. Alle Artikel kosten jetzt original die Hälfte. Dieser Hoodie, der zum Beispiel 60 Euro kostet, kostet jetzt 30 Euro. Hosen, die vorher 50 Euro kostet haben, kosten jetzt 25 Euro. Checkt es ab, Freunde, ihr seht, die Preise sind krass. Alle Sachen kosten irgendwie zwischen 20 und 25 Euro und die Quali ist wirklich heftig. Die ganze Aktion geht 8 Tage, aber es sind immer viele Artikel in vielen Größen ausverkauft, deswegen müsste eigentlich immer recht schnell sein, dass ihr überhaupt noch irgendwas bekommt, Freunde, aber das ist wirklich eine mega Aktion. Seid da auf jeden Fall schnell, Freunde, man kann auch keine Gutscheincodes einlösen, weil der Rabatt ist schon da, Freunde, der ist schon vorhanden, ihr braucht nichts machen. Erster Link, Freunde, vertraut mir, es lohnt sich unnormal. Viel Spaß mit dem Video. So, Freunde, heute reagieren wir mal wieder auf Fortnite-Clips, auf Fortnite-Videos mit Null-Aufruf. Ja, 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 Freunde, wir werden jetzt auf keine Livestreams hier reagieren, hier sind ja auch einige am Start, aber wir haben hier viele Videos. Wir haben hier eine Montage. Der Kollege hat jetzt sieben Aufrufe, aber ich schwöre es euch, davor hat er noch Null gehabt. Okay. Ich bin gespannt, Digga. Ich bin gespannt, Digga. Ja, ja, man, Digga, ich schwör, er redet nur die Wahrheit, Digga. Digga, ich fühle Tupac einfach zu toll. Was, was, was zeigt er hier für Trickshots, Bruder? Das sind gegen Bots, aber er hat Absolut Packet, lost sein Onkel. Guck mal hier oben links. Er lernt die Trickshots, er lernt's. Bruder, da sind 10 Leute. Digga, da sind 10 Leute. 20. Okay, das sind Zombies sogar. Bruder, was ist das für eine Montage, Digga, bitte. Hör auf, David. Hör auf, Bruder. Ja, genau, Online-Clips, wir wollen Online-Clips sehen. Bruder, nee, bitte, hör jetzt auf, Digga, ich krieg langsam mal Aggressionen, sag mal hier die Online-Clips. Ja, wenn ihr hier ein paar richtige Sniper-Clips sehen will, ne? Was soll doch mal unsere letzten Videos mal anschauen, hier, ne? Heute auch wieder bei Red Summer, ein geiles Video hochgeladen, müssen wir mich mal abchecken. Das werde ich mir auch einfach in der Beschreibung verlinken, als zweiter Link, Digga, da haben wir wieder so kranke Sniper-Clips gemacht, Digga. Ey, ich bin so verdammt gut mit Sniper, ich versteh's einfach nicht. So. Hä, ich spielte auch in Sniper-Monus, was sind das für Gegner? Digga. Digga, er hat ja ernst im Fotz als Gegner. Oh, er macht die gleich 20-Bomb. Oh, nee, Digga, komm, ich dreh durch, Alter, hör auf. Fortnite-Trickshots, null Aufrufe. Die typische... Flexer-Musik. Oh, guter Noskop, Digga. Die Quali, Digga, ist auf jeden Fall absolut... Ich weine gerade. Also, eigentlich bin ich auch gerade am Weinen suchen, Digga. Leichte, weinende Vibes sind vorhanden, auf jeden Fall. Digga, ich seh die Gegner nicht mal. Lol, nicht schlecht, Digga, GG. Oha, Digga, keiner richtig... Flexen. Ohne Witz, Digga, ich glaub, das ist sogar ein guter Spieler, Digga, für Konsole. Der kommt mir sogar echt gut vor. Oh, das war ein guter Clip, Digga, okay. Das war ein guter Clip. Für die Quali muss ich mich aber trotzdem ein bisschen entschuldigen bei euch. Da kann ich nichts viel, Freunde. Ihr seht ja meine Facecam, Freunde. Ich seh zwar absolut ein bisschen rot aus, Digga, weil ich gerade nicht alle Lichter anhabe, aber wir klären das schon, oder? So, besser, glaub ich. Ne, Digga, der Typ hat drauf, ich schwör's euch. Guck mal, er hat hier sogar 10 Kills. Digga, der Typ ist ein guter Spieler. Das merke ich jetzt schon. Oh, direkt Oberschenkel abgesnipet. Guck mal, 12 Kills hat er, das Leben noch 23 Gegner. Der Typ ist ein guter Player. Feier ich. Aber das merkt man direkt. Okay. Und snipe tut er auch gerne. Oh, guter Snipe, Digga, GG. Die Gegner sind absolut Crease, aber Digga braucht man auch auf jeden Fall. Diese Gegner sind die besten. Am besten Bots. Boah, Digga, Edshots, Karne. Okay, Digga, würde ich sagen. Das... Digga, wie gesagt. Naja, schauen wir mal weiter, Digga. Wir haben ein paar interessante Leute. Das war's doch wieder. Boah, ey. Xbox-Spieler, Freunde. Xbox-Spieler. Boom. Bruder, diesen Song habe ich so oft gehört, ne? Aber der Song ist heftig, muss man sagen. Das ist Billie Eilish und, äh, Khaled sehe ich hier gerade. Habe ich bis heute nicht gewusst, bro. So, der hat er gut weggelasert. Das war's doch wieder. Mit Absolut Nasty Skin angelehnt. Nein, die ist nach Absolut links. Boah, Digga. Der kann bauen auf jeden Fall. Der spielt gut eigentlich, Digga. Ohne Witz. Der spielt gut, Mann. Nur Aufruf, Digga. Und der kann hier die... Die... Die Flexer hier. GG. Oh, mein Gott, Digga. Ganz knappes Ding auf jeden Fall. Ganz knappes Ding. Oh, mein Gott. Schwierige Situation. Schwierige Situation, Alter. Oh, hat der noch mal der Falle geholt? GG, Digga. Nicht schlecht. Jetzt hier noch mal ein 101. Oha, er macht direkt den... Oha, oha. Oh. Digga, Swai, bist du das? Ja, gut, Digga. Nicht schlecht, Digga. Hat mir gefallen. Der Typ war drauf. Ohne Witz. So, hier ist locker noch mal. Spaß. Er hat einfach gar keinen Song, Digga. Er ist ja alle echte. Er zeigte seine Sniper-Kills vorne. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Bruh. Digga. Bruder, was war das? Digga, ist das gerade sein Ernst, Digga? Dass er das gerade eigentlich alles reinschneidet? Bruder. Hat er einen 800er Ping oder warum ist der Typ 30 Sekunden später gestorben? Aber man muss eines zugeben, ne? Eine Sache muss ich hart zugeben. Seine Quali vom Video ist behindert heftig. Die ist behindert heftig, Digga. Was hat er für eine Qualität? Bruder, der hat eine bessere Video-Qualität als ich. Wie hat er das gemacht? Digga, der hat einfach null Aufrufe. Aber guck mal, diese Schrift, wie klar die zu sehen ist. Unabhängig davon, dass er jetzt bei ihm größer ist. Aber seine Video-Qualität ist behindert krass. Guck mal. Digga. Ich komme gerade auf seine Video-Qualität nicht gerade. Die ist so richtig clean, so. Ey, jetzt machen wir Real Talk, Digga. Ich check das gar nicht. Kennst du, ich bin so 10 Jahre am rumprobieren, gucken, welche Settings, welche Render-Settings ich machen muss, damit die Video-Qualität für euch am besten ist und so. Trotzdem hat er einfach mit null Aufrufen eine bessere Qualität als ich, Digga. Muss absolut los, Digga. Ich weine gerade. Mhm. Man merkt, er will aus dem Scope auch gar nicht mehr rausgehen. Er fühlt sich da sehr wohl. Er will auch gar nicht mehr rausgehen. Er will nicht. Er will gar nicht. Oh, 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 Gegner holt Rocket Launcher. Komm schon. Was passiert jetzt? So, der Gegner dachte sich wahrscheinlich, she's from Malibu, Digga. Das war es auf jeden Fall wieder hier. Er hat im Titel geschrieben, dass er einen 250-Meter-Shot sogar gemacht hat. Hat man den schon gesehen? Ich habe da gar nicht so krass drauf geachtet, aber vielleicht. Oh, nein, Digga. Ich glaube, das ist er. Das ist er, Digga. Das ist er. Komm schon. Digga. Komm schon, Bruder. Bitte. Oh, ich habe gedacht, das wäre es, Digga. Komm schon. Bitte, Brudi. Das ist er. Headshot 260 Meter. GG, Digga. Ohne Witz. GG. GG. Das waren wir für die Leute, auf die wir heute reagiert haben. Echt krass, Freunde. Wir haben wieder echt ein paar neue Leute kennengelernt. Schreibt mal in die Kommentare, wen ihr am krassesten fandet. Und checkt auf jeden Fall die Deadshot-Aktion ab, Freunde. Wie gesagt, 50% auf alles. Erster Link in der Beschreibung müsst ihr auf jeden Fall abchecken. Sonst verpasst ihr da wirklich alles die krassesten Angebote. Erster Link. Haut rein, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.